Hey Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily, naja, Daily Locker, was ich nenne. Ich bin jetzt gerade von der Schule abgeholt, wenn denn ich habe, sagen wir mal, Fieber Live. Ich glaube, Fieber Live ist ein bisschen spannend bei uns, weil jeder, der dich sehen kann, sieht, dass du Rotbäckchen bist. Auf jeden Fall, Mots 39 Fieber. Oh, ich hasse es, Leute, auf jeden Fall. Oh, ich mache halt meine Augen zu, alles dreht sich. Hey, genauso wie meine Videos, das auch immer. No Energy, sag ich nur. Okay, Leute, ich nehme heute eine kleine Auszeit. Wenn ihr trotzdem noch was sehen wollt auf meinem Kanal, den ich meine, ich würde euch ja nie im Stich lassen. Schaut euch einfach mal meinen Jahresrückblick an oder meine alten Videos oder was weiß ich. Ich verlinke euch immer ein paar Sachen, die ihr bestimmt noch nicht gesehen habt. Ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob ich Mots Medikamente geben soll. Auch wenn ich krank bin, mache ich einfach mal einen Waddle-Flip. Wow, Leute, krass. Leute, ich habe euch versprochen, jeden Tag euch in mein Leben reinzubringen. Das ist auch mein Tag davon. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt keinen Fieber. Leute, seid auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Tage. Ich habe gerade eben noch in meinem letzten Film eine krasse Sache für den Vlog gekauft. Leute, das wird alles verändern für immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao. Vielleicht komme ich gleich nochmal zurück und zeige euch, wie er aussieht bei 40 Fieber. Oh, ich war auch nicht. Wieso grinst du so? ados- ätigreise- Votr 边 αυτ